So, jetzt geht wieder gegen Robos. Missionsstandort Geostudie durchführen. Okay, mal gucken, was wir hier hinkriegen. Bin sehr mal gespannt. Ach, ich wollte noch was anderes holen, oder? Fährt noch wieder raus? Ne, jetzt zu spät. Verdammt! W4? Hier, hier. Wie wär's hier? Ja, reicht das jetzt nicht? So. Hier? Was? Hier, hier, hier? So, hier immer die Unterstützungssachen einstellen. Für alle. Ja, das ist für alle. So, das Ding nämlich rein. Das Ding nämlich rein, damit ich nicht so viele eigene Leute kille. Das. Okay, ich kann sich auch noch mal ändern. Das ist schon mal schön. Aber lassen wir erst mal so. Ganz überzeugt bin ich von den ganzen Occupyment von mir noch nicht so, ja. da können wir schon wieder hin, glaube ich. Hätten wir nichts ausgerüstet hier? Mach mal was hier. Ah, jetzt mach das. Ich bin mal gespannt. Ja, wie gesagt, es wurde auch schon ganz schön angekündigt, neue Gegnerfraktionen hatten, wurde angekündigt und noch ganz viele andere Sachen. Also, man hat auf jeden Fall in Zukunft ganz viel noch zu spielen. Definitiv. Es geht immer weiter, immer weiter. Neue Waffen, alles neu. Wie gesagt, jetzt haben wir ja auch ein Mech eingekriegt ins Spiel. Also, eigentlich haben wir immer gut dabei, muss ich sagen. Gute Sache. Ich bin ja erst mal gespannt, was wir jetzt überhaupt machen hier. Hm. Auf jeden Fall dunkel. Und es regnet. Das ist schon mal nicht so schön. Öh, was soll ich doch jetzt sagen? Das ist jetzt... Heute wird das Licht der Freiheit die Himmel dieser Welt noch einmal erhellen. Unterstützungswaffe trifft ein. Blitze und so, okay. Man muss halt immer aufpassen, dass er nicht seine eigenen Leute killt. Das ist immer ein Riesenproblem hier. Okay, W4 erst. Okay, gehen wir erst zu W4. Zu dem Ding da. Proben holen. Erzeugerposition verifizieren. Bodenscann-Daten erhalten. Ja, gut, das ist einfach. Und danach hier alles auslöschen, oder was? Welche Stufe haben wir? Vier, okay, auch gut. Schon dicker? Moment. Äh, äh, äh. Was ist denn jetzt los hier? Wir schmeißen wir mal irgendwas hin, da wird schon irgendwie klappen. Uh. Oh, ich gucke in meine Richtung. Okay, das Gekille fängt wieder an. Vordere Verstärkung an. Verstärkung. Was ist denn das für ein Angriff? Ja, gut. Ja, gut. Machen wir weiter. Sehr dunkel, ne? So mit Regen und so. Ist er weg? So. So, seine Sachen gleich wieder aufnehmen. So, warte, da muss man aufsprengen hier. Was ist das? Bogenwerfer. Nehmen wir mit. Ah, okay. Jetzt habe ich nur einen Laser, okay. So, wo müssen wir hin? Ich sehe gerade nicht auf der Karte, was abgeht hier. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie ich Markierungen auf der Karte setzen kann. Das geht mich immer noch auf. Weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Egal, wir machen weiter. Paket gefunden. Lege Paket ab. Was für ein Paket? Lege Paket ab. Was ist das für eine riesige Kanone? Hat was gefunden? Landungsschiffe. Ich kann so ein Paket fehlen. Ich kann so ein Paket fehlen noch. Ich kann so ein Paket fehlen. Schicke einen Adler rein. Er bitte geschützt. Was passiert da jetzt? Er bitte noch Unterstützung. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. Wie gesagt, ich habe keine Lust hier dazu, extrem zu versagen. Ich hatte mich schon ein Spiel gehabt, aber haben wir komplett versagt. Oder richtig versagt. Das will man natürlich nicht. Ach, äh, S, E, A, F, Atelier. Okay, fünf Stück davon. Ah, okay. Ich bin am Terminal. Cool. Am Terminal für was? Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Bei uns geht gerade unser Ari auf alles und so. Was ist das alles für ein Kram, ey? Und nun? Oho. Noch mehr Kram. Noch mehr Sachen zum Spielen. Was ist hier los? Ich bin komplett überlasst, gerade hier. Sei ganz ehrlich. Ach maaaannn. Verstärkung! Hier hinten sind ein paar dickere, wa? Bitte Orbitalfeuer! Mach euer Orbitalschlag an! Ich baue eure Verstärkung an! Schönen Groen Routanet! Weg zu einem! Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt einer für Poole, Alter? Ja! Aber ich nehme das nicht! Ich brauche mich! Oh! 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 Okay, dahin. Ja, wieder einer muss immer Befehle geben und immer sagen, wohin, damit auch nicht alles durcheinander gerät hier. Ich weiß ab und zu nicht, wo es hingeht, beziehungsweise schon, aber ich weiß nicht, wie ich es markieren kann, das wollte ich sagen. Landungsschiffe. Seltene Probe gesammelt. Okay. Ich muss hier noch ein Muni mitnehmen hier. Markiere Karte. Okay, gleich, ich sterbe jetzt, ey. Ich muss mich hier noch was kaputt machen. Es ist, äh, nee. Okay. Hier bist du jetzt draufgegangen, da hinten wieder. Verstärkung! Man sieht hier auch noch gar nicht so viel auf dem Planeten. Es ist alles so dunkel. Hm. Hm. Markiere Karte, nordöstlich, 100 Meter. noch 30 minuten für die mission so im moment im moment hab ich noch nicht so viel gemacht um weg zu sein ne da ist mein mörser wieder ich weiß es nicht ob schon das war schon alles kaputt oder was ja 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 Landungsschiffe! Moment. Verstärkung! Freiheit für immer! Geben wir nötig ein Geschirr. Boah, hinten sind ganz viele. Ich versteh grad wieder nicht, was die machen, ne? Vordere Verstärkung an! Verstärkung! Sehr bitte Luftunterstützung! Kameras abgeteckt! Maaan! Wuhu, was ist ist? Wenn ihr uns abgettet habt, wird etwas schlecht. WHola, was ist denn drin? Wuhu, was hier ist, was hier passiert? Wuhu, was ist irgendwo passiert? Wuhu, was hier ist! Wuhu, was hier passiert? Anfahne bestätigt. Verstattung wurde losgeschickt. Verstattung wurde losgeschickt. Ja, wie gesagt, es geht gerade gar nicht. Die haben sich die ganze Zeit selber gekillt. Richtig nervig. Kann man nicht anders sagen. Waren zu weit vorne. Gut, ab und zu kann man auch nicht wegrennen, weil einfach die Gegner so stark sind, dass sie einfach alles wegschießen. Okay, noch die Mischeln machen. Dann hauen wir ab, würde ich sagen. Wo waren die jetzt schon wieder hin? Ich wollte echt alles machen. Wir haben noch sieben Leben, ey. Naja, gut, machen wir erstmal weiter. Mal klatschen, mal abwarten. Was halt richtig nervt in diesem Spiel ist halt dieses Mal Teammates killen und so, ne? Ihr müsst echt immer drauf achten, wenn irgendwo ein roter Strahl ist, ey, dann geht weg da. Also ganz oft ist es auch so, die gucken einfach so, oh, ein roter Strahl. Ich gucke mir den Strahl mal an und renne dann mal weiter hin. Ja, ganz tolle Idee, ey. Oh, da ist wieder so etwas reingeflogen. Oh, jetzt kommt die schon wieder. Oh, jetzt kommt die schon wieder. Die fliegen da hinten alles in die Luft. Ach, er war das wieder. Mit seinem 800, 380er irgendwas. Die macht nämlich alle Schott, die Scheißdinger. Auch ein ganz, ganzes Team. Ist das noch nicht weg? Doch, ist doch weg, ne? Ja, ist weg. Oh, ist ein dicker. Oh, die dicken sind schon hart. Aha. Ich habe vielleicht auch die falschen Waffen mit oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die Medi hat sich komplett geändert, ne? Die Medi hat sich komplett ge... wurde komplett gepatcht. Das ist jetzt komplett was anderes. Oh, warte. Da ist doch ein Container. Wieso? Nö, hol ich den halt. Medaille. Immer Container aufsprengen. Hm. Es ist ein gefährlicher Planet. Es ist ein Roboterplanet. Mich würde mal interessieren, was die Roboterliege überhaupt machen will. Also, was deren Ziel ist. Einfach alles platt machen oder was? Ist das wie bei Matrix oder so? Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin komplett fertig. Ich atme aus dem letzten Loch. Nee. Ich bin komplett... Ich bin komplett... Ich übernehme das Terminal. Äh. Ich geh ans Terminal. Äh. Joa, ey, guck da denn für einer an, Alter. Tüdelü. Pfff, alle tot. Auf ins Gefecht. Ich wusste eben nicht, was ich da machen soll, um älter zu sein. Ich übernehme das Terminal. Ich guck mir das mal eben an. Ich glaube, wo es schon richtig war. Ich bin am Terminal. Oh, nö. Oh, da hinten. Äh. Äh. Ich guck mal hier. Erbitte Orbitalschlag. Feuert Orbitalschlag. Noch 20 Minuten. Nach 24 Minuten. Vordere Vorreiter an! Schicke einen Atmer rein! Landungsschiffe! Oh, nicht schon wieder, scheiße! Ich hab nix, Leute! Vordere ein Walker an! Wir sind nötig eingeschützt! Wir sind nötig eingeschützt! Mein Leben ist über Erde! Also hier, ich hab nötig eingeschränkt! Mein Leben ist ja nicht in Ordnung! Alter, was geht hier an, Leute? Die Freiheit greift um sich. Sie können evakuieren. Markiere Karten! Südnöstlich! 300 Meter! Ja, ihn weg. Äh... Gleich keine Muni mehr. Ich kann noch nicht mehr richtig reden, weil ich mich so konzentriere. Hm... Es ist nicht einfach, Leute. Man will die müssen natürlich auch schaffen. Jetzt haben wir nur zwei Leben und das wahres. Ja, das Spiel haben sie einfach gut gemacht, ne? Es ist aber langwierig, das Spiel. Also man muss echt viel Zeit haben, das zu spielen. Man levelt ziemlich langsam. Ups... Mann, tatsächlich... Erwarte Unterstützungswaffe! ... Noch hab ich ein bisschen Muni, zwar nicht mehr viel. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwie aufladen kann. Waaah! Ja komm, ich schmeiß auch mal ein bisschen was. Wo kommen die denn? Da hinten? Anfrage bestellt, Verschlagung ist unterwegs. Ankunftszeit T minus eine Minute. Moment mal. Ja, das Folien ist halt jetzt aktuell, kennen wir uns alle selber. Es ist gerade wieder ein bisschen anstrengend. Aber ab und zu geht es wohl nicht anders. Weil diese Streubomben von den Adlern, die killen halt alles weg. Auch die eigenen Leute. Ankunftszeit T minus 30 Sekunden. Ankunftszeit T minus 20 Sekunden. Alter. Ankunftszeit T minus 10 Sekunden. Landezone räumen. Hier ist Pelikan 1, ich kann die Evakuierungszone sehen. Ich bin leer. Landung von Pelikan 1 im Gange. Ne, ich hau jetzt ab. Ja, es ist nicht einfach auf dir gegen Roboter. Alter Schwede, ist das schwierig ey. Junge Junge. Aber hat funktioniert. Wir haben ein bisschen was mitgenommen. Wir haben ein paar Sachen jetzt liegen lassen, aber Hauptsache wir sind raus ey. Das ist mir jetzt wichtig. Mal gucken was wir hinkriegt haben. Mal abwarten. Aber es ist echt so krass. So krass das Spiel. Ich würde gar nicht wissen wie schwer das wird auf den höheren Leveln ey. Alter Schwede. Wir haben ein bisschen was gemacht. Ist ja okay. Und da kommt ja einiges zusammen. Oh. Wo doch nicht. Außergewöhnlicher Mut, da bin ich mir zufrieden mit der Auszeichnung. Gab auch noch nicht Medaillen. Auch noch gute EP. Das ist doch schön, das ist doch schön. Vielleicht habe ich jetzt auch noch meinen persönlichen Auftrag auch noch mal erlebt. Danke erstmal ans Team, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal gleich raus und natürlich auch erstmal mit Spielen. Es ist doch ganz schön, wie gesagt, zeitaufwendig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber macht trotzdem Bock. Wie gesagt, einmal so am Tag, zweimal am Tag spielen so eine Runde, wenn die Runde auch gut läuft, läuft ganz gut und macht Spaß. Aber wie gesagt, ab und zu ist es halt das Problem, dass man sich die ganze Zeit selber killt hier in diesem Spiel. Das ist dann ab und zu ein bisschen anstrengend. Piu, 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 piu. Ja, dann ganz Team. So, persönlicher Befehl abgeschlossen, auch noch fertig gemacht. Sehr schön. Genau so soll es nämlich auch. So. Gucken wir uns da nochmal ein bisschen was an. Wie gesagt, man muss echt immer genau gucken, welche Waffen mitnehmen, welche nicht. Das ist essentiell wichtig. Also, dementsprechend muss man natürlich auch viel freischalten und so. Aber was man jetzt gegen den neuen Meta freischalten soll und so, das weiß ich da noch nicht genau. Das wird sich immer nochmal alles richtig rausstellen. So. Willkommen an Bord, Herbert. Ich hab hier... 45 hab ich jetzt. Ok. 45. Dann kann ich den hier freischalten und den hier... Ich hab da schon runter, jours die neuen Waffen hin. Nö, noch, mann. Schadu.... Na, ich muss ja eh es freischalten. Dann hab ich auch keine Lust zu, mich zu sein. Da muss ich mal gucken, was ich da freischande. Da hab ich mir auch nicht sicher. Da muss ich nochmal ein bisschen lesen, vielleicht. Mal gucken, selber gucken, was ich mache da und so. hier können jetzt natürlich auch noch upgrades noch mal wieder dazu kloppen oder sachen freischalten wie man sieht ist das gut oder schlecht ich weiß es nicht genau sie zu wenig aus so wenig explosionen lesen wir natürlich zum verteidigen auch ideal und ding gegen roboter vor allem man sieht hier natürlich noch wie einiges das ist natürlich auch nicht so schlechter wurde eigentlich auch genervt ich weiß es gar nicht genau ja auch interessant das ding mal zu spielen gar dort ein anderer hier angeschützt ist noch nicht freigeschaltet schissmodule ja da muss natürlich auch gucken hier hört die anzahl an magazin die jeder unterstützungswaffe beiliegen verringert die abgabe zeit der adler taktik ausrüstung 50 prozent das ist gut kann nicht freischalten das ist natürlich doch da fehlt auch noch was er gesagt da muss man halt echt sich immer hochleveln dann aber freischalten werden das freischalten und her ja da wir noch zu wenig ressourcen leider naja okay ja dann sind wir jetzt raus hier gesagt jetzt habe ich in die mehrere 40 feine mit mit der waffe antipersonen minen fällt die eliminieren 25 jäger okay gut gibt es wieder neue aufträge das ist natürlich super ja muss ich mal gucken wann ich die mache dann zu sehen bis hierhin danke für den sport reingehauen und bis zum nächsten mal bei hell da was zwei tschüss reingehauen ja Amen.